Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Uuuuuaah Mittelmäßig? Wer soll hier mittelmäßig unheimlich sein? Ist das nur Mittelmaß? Moment bitte! Los! Buh! Egal was du tust, fass ja nichts an, okay? Würde dich nie wagen, Schätzchen! Alles okay, dir geht's gut! Hast du was getrunken? Drei Bier, die Flasche Wein, die zwei Jarbas und dann das andere Zeug. Control de Alcohlemia